Na endlich! Er geht doch mal... Es ist ja so, er hätte ja... Also, Erzeugung hätte man auch anders machen können bei den Begabungen. Bis eben dann! STRUMMUTTERGAY! Als Papi! Ja, ich finde, er macht das ganz ordentlich. Er macht das super! Schön, mit viel Liebe, mit vollem Herz. Auch immer präsent, wenn es muss sein. Sie sind da und denken mit und helfen mit. Sie sind unterstützend. Das sind schon alles tolle Sachen, glaube ich. Also, Parkbosachen? Nein, das sind nicht Parkbos. Hast du die auch schon gehabt? Ja, ganz selten. Was habe ich ihm weitergegeben? Ja, das ist jetzt noch schwierig. Aber er ist... Das Musikalische, glaube ich. Ja, du hast das einfach... Schon auch, ja. Schon von Anfang an gehabt. Die Freude an den Kindern. Die Freude am Musik machen. Die Freude auch am Moment. Ein Goal hast du mal gemacht? Nein. Das habe ich nicht einmal gesehen. Nein. Das ist verrückt. Ich bin, glaube ich, zu spät gekommen. Ja. Meistens bin ich immer... Ich bin immer gut im Match schauen. Und dann war es schon... Ja. Schon vorbei gewesen. Also, ich wollte nie zu spüren. Ich wollte zu spüren. Ich wollte zu spüren. Ich wollte zu spüren. Ich wollte zu spüren. Aber immer schon. Das ist... Wie immer zu spüren. Das hat man so gemerkt. Hey, hey, hey. Fussballkarriere wäre auch möglich gewesen. Ja. Dann kann ich das Instrument richtig spielen. Nicht nur... Ja, ja. Das Lernen. Die Art und Weise, wie der Papi Sachen lehrt. Das ist jetzt etwas... Das tut, glaube ich, allen gut. Und da weiss ich jetzt... Vielleicht schaffe ich das mal noch so. An Sachen mit dieser Neugier und mit dieser Offenheit. Ja. Und darum macht er, glaube ich, auch das mit den Instrumenten so. Ja, ich finde es eine herzliche Beziehung. Und eigentlich... Überhaupt nicht so, was man eben... Oder was ich auch schon gehört habe von anderen Dingen, wo es dann... Ja, wo es halt dann zu Konflikt dann... gekommen ist. Für mich ist das etwas, das ständig wächst. Wo es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Und wo eigentlich... Gefüllt ist mit Dankbarkeit. Demgegenüber, dass wir das erleben dürfen. Super! Hey, super! Lago mio, so wir da...